Es gibt im Fußball einige unumstößliche Wahrheiten. Eine davon lautet, Müller spielt immer. Geprägt hat diesen Satz einst Luis van Gaal zu seiner Zeit als Trainer des FC Bayern München. Götze, James, Coutinho, sie alle scheiterten auch am ewigen Müller-Thomas. Die letzten sechs Bundesligaspiele hat er aber verpasst und so richtig vermissen tut ihn beim Rekordmeister keiner. Zumindest sportlich. Da stellt sich die Frage, ist der Unverzichtbare plötzlich verzichtbar? Wir erklären es euch einfach. Der Prozess ist meistens schleichend. Aber selbst bei den Bayern werden die größten Stars manchmal zu Statisten. Manchmal geht es aber auch ganz schnell. So geschehen bei Thomas Müller. Ja genau, der Müller aus Müller spielt immer. Aber der Reihe nach. Thomas Müllers Saisonstart war eigentlich wie immer. Ein Tor und zwei Vorlagen in den ersten beiden Bundesliga-Partien sind so ziemlich genau das, was man von ihm erwartet. Abgesehen von seinen Torbeteiligungen spielte Müller auch gar nicht schlecht. Und vor allem spielte er. Immer. Supercup, Liga, Pokal, Champions League. Wettbewerbsübergreifend stand er 15 Mal im Kader. Meistens spielte er von Beginn an. Bis, ja bis, ihn eine Corona-Infektion und verschiedene Wehwehchen ausbremsten. Seit Anfang Oktober fehlt der Oberbayern nun in der Liga. Nur in der Königsklasse wurde er zweimal eingewechselt. Als Identifikationsfigur und Leader ist Müller eines der Gesichter des deutschen Rekordmeisters. Und durch seine manchmal etwas flapsige Art ist Radio Müller über die Vereinsgrenzen hinaus für seine Kommunikation in und um den Verein bekannt. Und das auf und neben dem Platz. Und plötzlich. Kein Müller, kein Problem. Seit der 33-Jährige ausfällt, läuft es bei den Bayern rund. Und zwar so richtig. In den acht Partien, die Müller bislang verpasste, gab es außer dem Remis in Dortmund nur Siege. Und gerade die Offensive, bekanntermaßen Müllers Hoheitsgebiet, ist endlich ins Rollen gekommen. 31 Tore bedeuten einen Schnitt von 3,9 Treffern pro Partie. Das liegt unter anderem auch an der Leistungsexplosion von Jamal Musiala. Der Star von morgen hat das Potenzial, aus Müller einen Star von gestern zu machen. Aber auch andere Offensivspieler übernehmen Verantwortung. Auf einmal trifft Erik-Maxime Choupo-Moting wie am Fließband. Auch Sadio Mane kam immer mehr in Tritt. Außerdem wird Mathis Tell immer mehr zu dem Spieler, für den die Bayern im Sommer eine Rekordablöse für einen 17-Jährigen bezahlt haben. Ganz zu schweigen von den bereits etablierten Stammkräften Gnabry, Sané und Coman, die ebenfalls liefern. Ist Thomas Müller also verzichtbar geworden? In der Bundesliga wird er wohl dieses Jahr nicht mehr auflaufen. Gegen Schalke soll Müller geschont werden. Denn es gibt da noch jemanden, der voll auf Müller setzt. Hansi Flick. Der Nationaltrainer hofft auf Müllers Genesung noch vor der anstehenden WM. Denn anders als beim FC Bayern ist der oft als Raumdeuter bezeichnete Offensivkünstler aus der Nationalelf kaum wegzudenken. Nach seiner Ausbotung durch Flicks Vorgänger Löw und der anschließenden Rückkehr zum DFB hat er mehrmals bewiesen, neben Kapitän Manuel Neuer der Anführer dieser Teilsjungen Auswahl zu sein. Und eins ist klar, sollte Müller bei der WM auch nur annähernd seine Ansprüche an sich selbst erfüllen, ist er in der Rückrunde definitiv auch in der Lage, beim FC Bayern wieder unverzichtbar zu werden. Und jetzt seid ihr dran. Ist Müller beim FC Bayern verzichtbar geworden? Und wie sieht es mit seiner Rolle beim DFB aus? Schreibt es uns in die Kommentare und gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat.